Dann möchte ich noch jemanden ganz besonders begrüßen und auch hier nach vorne bitten. Das ist jemand, der mit dem HKV schwer zusammengearbeitet hat, leider nicht mehr dabei ist, aber ich kann ihn dennoch zu unseren Freunden zählen. Wenn ich Fragen habe und Unterstützung brauche, dann rufe ich ihn einfach an. Ich bitte einfach auf die Bühne, den Oliver Striebe. Oh, ich darf einen geben. Eine Frau dabei. Ich bin nicht so stolz, wenn ich eine Frau nicht schalte. Ich kann ja mal ganz am Tag hierherzwingen. Ja, ich durfte ja nur einmal. Ja, ich durfte ja nur einmal. Uli hat sich schon ausgesucht, wenn sie nach vorne. Und siehst du, damit sie dann hier... Ja, und unsere Freunde aus Lübeck, so wie sie hier vorne stehen, sind allesamt auch Mitglied im Höschweiler Karnevalverein. Genauso gut, wie wir natürlich auch Mitglied bei Ihnen sind. Ja, dann sagen wir jetzt auf, unsere neuen Ordenssträger ein, dreifach Soli. Lot! 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 Und Ausmarsch, bitte. Tschüss! 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 Tschüss!